Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier zur roten Stunde in Space Astronomy. Der gute Mene ist auch wieder mit dabei. Grüß dich. Oh, scheiß mir ein. Hi. Dieser Blutmond in einer unterirdischen Höhle ist schon ein bisschen komisch. Ich meine, Höhlen sind ja meistens unterirdisch, oder? Ist jetzt wieder so eine... Ich frage mich, wenn ich mir bei Blutmond einscheiße, ob ich dann auch... Ah, egal. Was zu beweisen wäre. So, achso, was denn jetzt? Achso, kleiner Leck. Pass auf, ich hab hier deinen Hammer noch. Ach nee, in der Kiste links von dir. Da ist der Hammer drin und ich kann mir meine... Und was kann man mit dem Nö machen? Naja, ich glaube, du kannst damit eben einfach auf Sachen einschlagen und dann geht ein 3x3 großes Loch entweder nach vorne oder nach unten, da wo du halt hinhaust. Also ich glaube, so Mining-technisch gar nicht blöd. Das mache ich, das teste ich jetzt mal. Vielleicht finde ich dann schneller die letzten 3 Diamanten. Ich kann ja mitkommen. Denn das ist mein Teil. Ja. Vielleicht ist es doch besser, wenn du wieder mithilfst beim Diamanten suchen. Wir brauchen nur noch 3. Deiner heißt Nö und meiner heißt Achja. So. Achja? Müsstest du sagen Nö. Egal. So, warte mal. Ich baue hier unten jetzt nochmal 2... Tatsächlich. Ich muss in der Mitte eins anhauen. Oh, ist das fett. Oh, ist das geil, der Hammer. Der Hammer ist mal mega geil. Mhm. Wenn noch nicht dieser Blutmund wäre. Oh, ist das geil. Bist du schon wieder unten oder was? Ja. Und der baut auch die Erze direkt mit ab. Ja, ja klar. Der baut alles mit ab. Warum habe ich mich dann jetzt mit irgendwelchen blöden Gängen da rumgeschlagen, wenn ich hier einfach zack mache? Weil ich das Ding noch erst gebaut habe. Hätten wir das gewusst. Dann hätten wir es gleich gebaut. Oh mei. Haben wir hier? So. Diamanten. Siehste? So fix geht es. Zwei Stück. Nee, echt jetzt? Ja. Hör auf. Nee, ohne Scheiß. Äh, äh, äh. Fuck. Ach, was er nicht abbaut, ist Erde. Erde will er nicht. Nee, Erde macht er nicht. Aber das ist nicht schlimm. Dafür alles andere. Ich seh nur nix durch dieses blöden Blutmond hier. Oh, ist der Hammer, Hammer, ey. So. Lieb ihn. Wir lieben unseren Hammer. So, Stencil da. Hätte ich das gewusst, hätte ich ihn nicht Nö genannt. Dann hätte ich ihn mega genannt. Hell yeah. Hell yeah. So, wie sieht es mit dem Questbuch eigentlich aus? Achso, was sind denn Heavy Duty Pickaxe? Wo ist das genau? Das kam ja in der letzten Folge noch. Ähm, heavy, heavy duty. Compressed Steel brauchen wir dafür. Okay. Okay, also wir müssen erstmal einen Kompressor bauen. Okay. So, wie es aussieht. Oh fuck, hier ist ein Penderman. Aber der ist durchgeportet. Wollen wir mal gucken, ob wir pennen können, oder bist du schon wieder ganz weit unten? Ich bin schon wieder so weit unten, das kannst du dir gar nicht vorstellen. So, am Ende bist du. Okay. Crazy. So, Kompressor. Da gab es ja auch eine Quest. Warte mal. Äh. Hier. Getting armed. Eine Lasergun. Alles klar. Was brauchen wir denn für eine Lasergun? Lasergun. Ach man, so mega geil. Eine Lasergun. Okay, da brauchen wir compressed irgendwas. Also müssen wir tatsächlich wohl erstmal diesen Kompressor bauen. Crafting a Kompressor. Okay. Also. Kompressor. Da ist er. Will process ingots into their compressed equivalents. The most essential machine in Galacticraft ist das. Okay. Ach du Kacke. Okay, dann komm du mal mit deinen Diamanten nämlich zurück, weil wir brauchen dafür nämlich einen Amboss. Ja, aber es fehlt ja noch einer. Ach so. Ernsthaft? Ja. Weil da vor der Tür ist richtig der Punk hier. Okay. Aber mit dem Hammer geht es echt gut. Wo kommt der ganze Scheiß hier? Den kann man doch mal wegschmeißen. Hau weg hier den Kram. So. Soll ich mal runterkommen wieder? Gerne. Du bist wieder ganz weit unten, ja? Ich bin, äh, ich bin, bin, ja, ich brauche Gänge zum Umfallen. Ich sammle nicht alles ein, aber, ähm, dieser Hammer ist echt mega. Der Hammer ist halt einfach ein Hammer, wa? Ach, da ist er ja. Guck dir die Gänge an, die ich hier freigemacht habe. Alter. Wie gesagt, Erde macht er halt nicht weg, ne? Ja. Aber alles andere, was machst du da? Ja, Kohle mit ihm. Hinter nicht die Axt. Pass auf. Pass auf. Okay. Ach so, du haust da gleich richtig rein. Jo, sag da. Okay, okay. Aber ich, ich, ich suche ja Diamanten. Und das hält immer auf, wenn man hier andere Dinge... Ja, schon, aber... Die anderen Dinge sind halt auch wichtig, ne? So. Ja, das mag sein, aber die sehen wir ja hier. Die haben ja jetzt hier sichtbare, offene... Gänge. Oh. Oh. Mein Investar ist so voll. Du musst halt nur auf die Lava aufpassen. Welche Lava? Das ist halt the main problem from the thing. From the thing. From the thing in this Etage. Verständlich kommt man irgendwelche Lava sehen. Na toll. Jetzt ist die Schaufel kaputt. Da muss ich den Hammer woanders nutzen. Oh, Eisen. Ja, und ich nehme halt für so kleine Sachen zum Rauskratzen... Nehme ich halt immer meine Axt schon irgendwie. Ey, der Hammer, der hält so viel aus. Ich schwöre. Ich schwöre, als ob... Okay. Hammer time. Bupp. Ich glaube hier ist eine neue Höhle hier. Muss ich kippen. Of course, here is no... No Fackle at the moment. Was ist denn das da? Zertus Quarz. Ne, das ist nicht... Keine Ahnung, was man mit Elektro... Tine macht. Ich grabe einfach weiter geradeaus. Ferris Ohr. Bis ich diese Diamanten habe. Da habe ich Wasser. Da habe ich Wasser im Schuh gegangen. Wasser im Schuh. So. Ähm. Und sonst so? Da war auch wieder Lärm. Kann ich... Also falls wir hier jemals mit... 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 Mit Dings anfangen sollten. Mit... Äh... Reaktoren. Haben wir hier schon einiges an Yellow Ride. Okay. Ich habe einen Diamant gefunden. Ernsthaft? Ich habe unseren letzten... Oh, das sind da ein paar. Super. Oh, noch mehr. Oh, fast in die Lava gefallen. Alter, mach jetzt keinen Scheiß. Komm. Muss ich hier zu bauen. Alter, diese Höhle ist ja mal riesig, ey. Was wirst denn du? Alu. Nehmen wir ein bisschen Gulle. Okay, ich habe die Diamanten zusammen. Wo muss ich... Was müssen wir damit machen? Damit die Quest abgeschlossen ist? Oder war das nur zusammen sammeln? Nein, nein, nein. Warte, 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 warte. Was machst du denn da? War doch auf. Mimichite. Vorsicht, laufe ich da nicht rein. Du musst das mit dem Hammer machen. Der Hammer ist wirklich... Das ist so mega geil. Ja, ich weiß. Habe ich ja. Aber hier... Kohle. Wir brauchen Kohle, Junge. Ey, ich habe 30 Kohle im Inventar. Ja, wir können dann oben gleich die Quest abgeben. Und dann kriegen wir dementsprechend diesen Amboss. Und mit dem Amboss können wir uns dann den Kompressor gönnen. Okay. Hier, wenn du Kohle brauchst, sammel ein. Ja, mache ich ja schon. Ich habe nicht einen Diamanten gefunden, echt. So. Ja. Halt. Spritzt die ganze Wand weg. Das ist schon ein bisschen cool mit dem Ding, wa? Ja. Da macht das Mining wieder ein bisschen Spaß. Aber du musst auf deine Lebensenergie achten. Also ich bin schon ziemlich... Ich habe schon ziemlich Hunger irgendwie. Ich esse immer regelmäßig. Ich habe mal Apfel gegessen und mal ein bisschen gekochtes Schweinefleisch. Ah, da achtet jemand auf seine Ernährung. Das ist sehr löblich. So, ich gehe mal hoch. Der Hammer ist mega geil. Hat sich gelohnt, den zu bauen, ne? Auf jeden Fall. Den hätten wir erst bauen müssen. Ja, ging ja nicht. Ja. So, dank der tollen Fackel-Setzung von mir weiß jetzt sogar ich, wo es hier lang geht. Das ist doch mal was. Fuck. Genau in die falsche Richtung. Alter, ich bin so schlecht. Du hast mehr Kisten gebaut, aber man weiß immer noch nicht, in welcher was ist. Äh. Alter, willst du mich jetzt hier verarschen? Hast du hier irgendwie was verändert? Nö. Findest du den Weg doch nicht raus? Doch, ich habe jetzt... Doch, doch, jetzt schon. Das ist ja jetzt witzig. Ich finde den Weg raus. Hm, wo muss ich lang? Ganz großkotzig. Ich komme auf jeden Fall raus. Also brauchen... Achso, Rewards. Und dann könnte man nochmal Diamanten oder den Reward-Bag auswählen. Was meinst du? Was ist besser? Reward-Bag oder 5 Diamanten? Na, was... Also ich bin eher für safe 5 Diamanten, oder? Ähm. Rechnen die Diamanten. Du kannst mit dem Reward-Bag... Na, warte, 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 warte. Wo sind wir denn da? Äh, da... Open. Na, der Reward-Bag ist halt so eine Wundertüte, weißt du? Aber ich meine, wir kriegen dann halt 10 Diamanten wieder. Ist halt auch nicht verkehrt. Lass uns die Diamanten nehmen. Ja, das brauchen wir auch, weil wir müssen nämlich... Jetzt ein Set von Diamanten im Amor, also Diamantrüstung bauen. Also ich kann sie nicht abgeben. Wieso nicht? Probier nochmal. Kannst du sie abgeben? Wählen die Quest? Ja. Ja. Du musst unten eins auswählen, ne? Sonst geht's nicht. Das weiß ich, aber das ging nicht. Das ist komisch. So, nochmal probieren. Warte, ich schmeiß dir mal die Diamanten hin, vielleicht hilft das. Nimm dir mal. Sag mir mal ein. Ach, dein Inventar ist vielleicht voll? Äh, achso, ja, das kann sein. Schauen wir jetzt mal. So, Pick. Geht nicht. Gib mir die Diamanten bitte nochmal. Danke. Kann ich nicht. Das ist schon wieder so eine Nerv-Quest, die ich nicht abgeben kann, richtig. Ach, gar nicht. Nervt immer. Machst du den? Richtiger Scheiß. Hatten wir das nicht letztens schon mal, dass du irgendwas gemacht hast? Ja. Woran lag das? Weiß ich nicht mehr. Aber das ist so eine typische Nerv-Geschichte hier von... Wie machen wir denn jetzt einen Diamanten in Armor? An das Toolstation? Nee. Warte mal, halt, 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 halt. Hast du das mit dem Amboss gemacht? Den hast du da jetzt hingesetzt, ja? Okay. Ja. Brauche ich. So. Daraus muss ich ja den Kompressor bauen. Ach so. Ja, das kannst du machen. So, da brauchen wir Copper-Inget, Aluminium-Inget. Gib mal die Diamanten. Ich baue mal eine Diamant-Rüstung. Nee, 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 nee. Okay. Nee, nee, lass mal. Weil, guck mal. Ich rühre dich erst mal hier in die Kiste. Weil, guck mal, in die, ähm, guck mal ins Questbuch rein. Ähm, und geh mal auf Tools and Weapons. Tools and Weapons, ja. Und da drunter unter dem Hammer, Crafting Heavy-Duty-Tools, guck mal, da kriegen wir nämlich einen kompletten Satz, äh, an Rüstung. Ja, aber das ist ja keine Diamant-Rüstung. Das macht ja nichts, aber das ist Heavy-Duty. Die kenne ich selber noch nicht. Und Heavy-Duty-Pick-Ax und so weiter, das Zeug, das baue ich ja dann, oder bauen wir dann dementsprechend ja auch noch. Also, wenn du, wenn du mal auf Machines and Equipment gehst, nee, nicht, Entschuldigung, bei Getting Started, glaube ich, oder? Doch, bei Getting Started. Ja. Und dann links über dem Diamanten hast du Getting Upgrade Protection. Und da musst du eine Diamant-Rüstung hinkommen. Ah, okay, gut. Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Würde ich dann jetzt mal in Angriff nehmen. Okay. Wir brauchen ja nur eine machen. Wir brauchen ja nicht mehrere. Ja, so. Außer, wir stellen nachher fest, wir brauchen noch eine, aber... Kompressor. Wie war das denn? Aluminium und Copper. Mal eine Hose. Mal Festplates. Schuhe waren das durch. Ein Boot und dann brauchen wir noch einen Helm. Zack. Guck mal, jetzt kannst du Claim Reward machen. Mach du mal. Ja, warte, 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 warte. Geht sofort los. Gucken wir mal. Ah, jetzt konnte ich auch die andere abgeben. Jetzt haben wir hier zwei Anvils erstmal genommen. Okay, okay, prima, prima. So, wie schaut's denn hier drin aus? Müssen wir jetzt Copper reinfällen? Hast du noch irgendwo Eisenerz am Start? In der Kiste hier, in der unteren Kiste. Ah, perfekt. Aber hier liegen noch genügend drin. Also hier, äh, wir haben jetzt... Okay, ich brauch das Eisen. Moment. Was? Kann nämlich die nächste Quest schon, äh, fertig machen. Okay. Bei Getting Started? Ähm, ja. Getting Protection. Okay. Ja. Ach, da ist ja noch Copper drin. Okay, cool. Muss man mir ja mal sagen. So, jetzt müsste theoretisch... Getting Protection ist fertig. Kannst du auch claimen. Okay. Ich suche mir noch ein, so ein Ding, was wir doch mal gekriegt haben. So einen runden Ömmel da. Hier, Basic Wafer. Ich glaub, den brauch ich. So, was sagst du? Die Rüstung kann ich claimen, ja? Ja, ja, ja. Cool. Und dann müssen wir ein Tinkertable craften. Hä? Wo hast du den? Craft a Tinkertable. Ach, da. Ja, da musst du gucken, was wir dazu jetzt noch alles brauchen. So. Also, Kompressor haben wir. Äh, okay. Wen stelle ich jetzt mal hier hin oder wie oder was? Der braucht doch bestimmt Strom. Status Idle. Ah, achso, der braucht Kohle, oder? Ja, aber was braucht denn der? Braucht der... Guck mich mal an. Guck mich mal an. Der Glitzer-Boy sonntags. Alter, ey. Der Rüstungswertung ist der Oberhammer. Naja, egal. Krasser Scheiß. Ähm. Nem, nem. Nem, nem. Was wollte ich denn gerade sagen? Äh, irgendwas brauche ich hier? Äh, geht das vielleicht nur mit Holzkohle? Nrrsinn. Geht das vielleicht nur mit Holzkohle? Was, was willst du wissen hier? Kompressor. Fuel. So, ist Kohle drin. Was willst du noch? Ja, Kohle weiß ich nicht, ob er die überhaupt annimmt. Doch, ist drin. Habe ich reingetan. Ja, drin schon, aber ich dachte, es sieht so aus, als ob man das nicht nehmen würde. So, Stahl brauchen wir. Wie macht man den Stahl? Wieso Stahl? Wie kommst du jetzt auf Stahl? Du hast doch mal vorgelesen, dass es irgendwie kompressed Stahl braucht. Also ich mach gerade aus Eisen. Gucken, was da passiert. Also es funktioniert mit Kohle. Es ist hammered. Compressed Iron habe ich jetzt rausgekommen. So, warte doch mal, Alter. Warte doch mal. Du hast doch hier jetzt gerade auch eine... Claim die Quest mal, dann kriegst du nämlich auch Steelplates und Ironplates. Sag mir mal, wo ist denn, kann ich denn die... Ach, hier oben. Incent Equipment. Da. Claim. Okay. Ah, Getting Oxygen. Ach du Scheiß, jetzt geht's ja los, ey. So, jetzt machen wir mal die... Ey, wir können über die... Du hast gesagt, wir brauchen Energie. Wir kriegen Energie über die Windmühle. Ne, der braucht nur... Hier, erneuer... Also Dings. Na, wie heißt? Kohle braucht der. So, pass mal auf. Heavy Duty. Was brauchen wir denn dazu? Wir brauchen dreimal Compressed Steel. Und wie macht man Compressed Steel? Den macht man aus Compressed... Aus Stahl. Iron und Kohle. Nein. Okay. Compressed Iron ist kein Problem, haben wir ja einen Haufen gekriegt. Aber wir haben doch Compressed Steel jetzt bekommen. Ja, wir brauchen... Wir brauchen dreimal Compressed Steel. Oder sechsmal und zwei Sticks. Dann hat jeder so eine Compressed-Axt. Also eine Pickaxe. Warte mal, ich geb dir mal meinen Stahl und meine hier. Und dann kannst du mal gucken, was du daraus alles machst. Okay. Ich guck mal, was wir noch für Quests machen können. Während du, wenn du einen rumfummelt, kann ich eine Ahnung. So, das würde ja jetzt bedeuten... Kann ich das jetzt hier bauen oder was? Immer noch Killing for Food, Getting Rubber. Tatsächlich. Ja, hier, wo bist du? Was hast du gemacht? Schöne aufs Feuerwerk. Hinter dir. Cool. Die hat... Heavy-Duty-Pick. Also die hat auf jeden Fall eine ziemlich krasse Durability. Mhm. Im Vergleich zu der normalen, äh, Dings-Axt. Ja. Die Eisen-Axt hat 250. Mhm. Und die hat 768. Ja. Zweifach. Das ist schon mal ziemlich krass. So, Heavy-Duty-X müssen wir auch noch bauen. Die X, das ist auch... Aber zieh dir mal den Hammer rein. Der Hammer, den du gebaut hast. Der hat 2900 Durability. Der ist ein bisschen krasser, ja. Aber die Folge ist auch, glaube ich, zu Ende. Ja, warte, ich will die Dings hier nur noch schnell fertig machen. Ähm, die Werkzeuge hier. Obwohl, müssen wir die eigentlich auch zweimal? Ja, doch, eigentlich schon ist es besser, zweimal zu bauen. So, eins, zwei, für jeden einer. So, die Hoe. Time to farm. Und eine Shovel. So, und war das jetzt alles, oder brauchen wir das Schwert? Ah, tatsächlich. Du kannst die Quest jetzt auch claimen. Denke ich mal. Wo ist die? Bei... Da, Tools and Weapons. Ah ja, Claim Reward. Heavy-Duty-Leggings, Heavy-Duty-Boots. Ah, du. Kriegst jetzt hier noch alle möglichen Werkzeuge. Oh Gott, ey. Crafting-Uranium-Tools, Crafting-Black-Diamond-Tools. Hast du? Heb mal auf das Zeug. Vor denn? Vor dir. Hab ich. So, und dann gebe ich jetzt meine auch noch ab. Und kann mir mal... Alter, schön, der schwarze Ritter hier. Okay, aber jetzt unten dieses Amor-Ding, was wir da haben. Dieses Amor-Status hat. Das läuft jetzt hier unten schön in die Icons rein. Das ist ein bisschen doof. Ja, ja, bei mir auch ein bisschen. Können wir gleich mal konfigurieren. Amor-Mor-Mor-Vertikal. Ha, Vertikal ist besser. Okay. Das war bei Mod-Options, ne? Ja. Und dann irgendwas mit Hut. Genau, Hut-Amo. Amor-Status-Hut. Konfig. Und dann, wo kann ich denn Vertikal? Also relativ weit oben. Ach, hier. Dann, dann. Back to Game. Ah ja, da viel besser. Geil, oh Matt. Alter, was ist das denn? Crafting Sulfur-Tools. Crafting Uranium-Tools. Ja, ja, hab ich auch schon gesehen. Black Diamond-Tools. Dash-Tools. Aber das brauchen wir doch nicht, oder? Erstmal. Was ist denn ein Dash-Tool? Na, ich weiß ich nicht. Also, irgendwann führt uns das ja dann schon weiter, wa? Ja, aber da würde ich mal abwarten. Erstmal. Block of Dash. Craft a Laser Gun. Das will ich machen, das will ich machen, das will ich machen. Ja, da müssen wir mal gucken, wegen Energie. Das weiß ich noch nicht so ganz genau, wie wir das hinkriegen. Also, ich glaube, beim Thema Tools and Weapons sind wir erstmal an einer gewissen Grenze angekommen. Ja, ich denke auch. Ich weiß nicht, wir müssen gucken, vielleicht bei Getting Started. Gibt's noch Potenzial, würde ich sagen? Naja, wir müssten hier zum Beispiel mal wieder noch ein paar Kürt killen. Ja, dann guck mal, da unten haben wir hier, äh, Automatic Farming. Genau. Ist mit drin. Farming-Zeug, die Kuh. Die Kuh brauchen wir, weil da eigentlich das Bett, können wir dann gleich den Reward fürs Bett uns holen? Naja, aber was? Schlafsack bekommen wir da. Warte mal, aber hier ist eine Pumpe, guck mal, bei Lava Power, ja, ähm, bei, äh, Machines and Equipment. Achso, du bist jetzt schon wieder woanders. Machines and Equipment. Äh, so. Lava Power, ja. Ja, da kriegen wir Lava Power. Also, eine Sache haben wir ja schon, ne, zweimal weiße Wolle. Und jetzt müssen wir einen Lava Generator, eine Pumpe und einen Endertank bauen. So, das bedeutet, dass wir damit sicherlich dann irgendwie Lava pumpen können von irgendwo her. Mhm, genau. Lava sehen, hab ich genug gefunden. Guck mal, naja, Moment, hier, blablabla, guck mal. After go to the Nether and place the pump near a Lava Lake. So, wir müssen dann dementsprechend noch einen Chunkloader bauen. Äh. Ja, Moment, du hast was vergessen. Was denn? Du hast den Satz vorgelesen und vergessen, was wir tun müssen. After go to the Nether, das heißt, wir müssen erstmal an den Nether gehen. Naja, das ist eigentlich egal. Das ist nämlich auch eine Quest, bei Getting Started ist das nämlich auch eine Quest. Ich weiß, wir müssen die Pumpe dann mitnehmen und wir müssen dann, denke ich mal, auch irgendwas mitnehmen, mit dem wir Energie übertragen können. Also hier zum Beispiel Fast Traveling, oder? Teleporter und so. Das wird sicherlich alles dann hier in Richtung Dings laufen. Weißt du was? Wäre halt cool, wir müssten mal noch Storage System freischalten, Exploring the Universe freischalten. Wie wir das hinkriegen? Naja, guck mal, bei den ganzen Quests, die wir jetzt da haben, zum Beispiel beim Lava Generator, steht Unlocks eine Quest Elsewhere. Also irgendwo macht's dann Plop und dann geht halt da. Das steht auch bei, bei, äh, bei, ich glaub bei Machines und Equipment, genau. Bei der Windmill Power steht nämlich auch noch Unlocks one Quest Elsewhere. Ja, 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 klar. Ich mein, die Windmill könnten wir mal gucken, ob wir die bauen können. Einfach aus dem Grunde, wir sind ja auf nem Berg, vielleicht lohnt sich das ja schon. Ja, 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 eben. Und dann haben wir nämlich schon mal ein bisschen, ein bisschen Energie und da kriegen wir nämlich, wir müssen nämlich auch immer gucken, das haben wir nämlich die letzten Male auch manchmal verpeilt, dass manchmal die Questbelohnung einer Quest bei einer anderen Quest hilft. Also wir sollten nicht blind irgendwelche Quests machen, sondern immer gucken, ob wir vielleicht bei einer anderen Quest... Naja, gut, haben wir ja gemacht. Also ich mein, nur deswegen haben wir ja den, den, den Amboss so gezielt gemacht mit den, mit den Diamanten. Ja, ja, genau. Aber das müssen wir halt auch in Zukunft weiter, weiter folgen. Okay. Sollen wir die Folge mal jetzt beenden? Die ist nämlich schon fast ne halbe Stunde. Ja, ich weiß, aber hier, das kann ich jetzt mir nicht mehr angucken hier, dieses Elend. So. Da hat nämlich das Saatgut gefehlt. Mach mal schnell, Telefon. Ja. Also, dann bis zur nächsten Folge, liebe Leute, wenn wir hier vielleicht dann mal Richtung Weltall aufbrechen. Und Mene geht ans Telefon, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal, ciao.